alle leute es geht ja heute mit observer den letzten kapitel kommen noch raus so ich wollte wir kommen jetzt nicht mehr raus haben wir nicht schon hier drin schon ein bisschen länger her natürlich hier war schon drin überspringen aber das einfache alles welcome to the sanctuary salon ich hab jetzt nicht gefragt wofür aber naja kann man hier noch irgendwas machen jetzt so ne ne na dann in die kapsel das hat auch schon gemacht ich bin mir nicht so sicher ich komme ein bisschen vor wie bei fallout wieso die kamer aus wenn ich wohin ah ok da hinten alter weiter weiter wer es ausschaut ja ich weiß es ist schwer zu glauben nachdem du alles gesehen hast aber ich brauche dir zu mir auf das wir haben nicht viel Zeit was über das Körper gefunden es ist kompliziert was du gefunden hast nicht ich nicht mehr aber ich bin hier jetzt und ich brauche deine Hilfe du bist mein son prove es wie würde ich das tun wie würde ich das tun erzähl mir etwas nur was ich bin ich bin ich bin als Kind ich bin als Kind manchmal ich bin manchmal wie du jemand ich bin ist ich begleifte das ist muss man was los was ist ich verstanden Kevin verstehe. Ja, was für Kevin? Forschung, Mörder, Opfer Ihr Gedanken, Ihre Erinnerungen, alles, was definiert hat, könnte man sich in ein digitales Raum um zu existieren, lange nach Ihrem physischen Körper außerhalb des Unabhängungen, außerhalb der Krankheit und der Tod außerhalb des Inhumens? Nur um zu bleiben zu existieren? Sounds wie ein lebendiges Geheimnis Sie haben sich nicht verändert, haben Sie? Ich wusste, dass Sie nicht verstehen würden, aber Sie werden. Soon. Ich versuche. Ich versuche. Helena hat Ihre Forschung und es aus dem Karten gebrochen. Ja. Sie hat ihn getötetet. Ja. Dann bin ich hier, auch. Es war nicht Teil des Planes, aber ich musste. Das Projekt war zu wichtig, Dad. Was für den Sörger? Was war seine Ansatz? Ja. Jack. Er erinnert, was ich versuche, zu erreichen. Ich glaube, er wollte mir sein. Ich verstehe, wie der Sörger aussieht. Ich weiß noch nicht, wie der Sörger aussieht, nach all das. Er ist nicht. Das ist warum wir ihn nicht gesehen haben. Er war ein unverteidiger Faktor. Er ist ein gewünschtes Werkzeug. Wenn Sie sich das für Volt haben sind. Wann ist das, das kleine Geruch? Wenn der Sörger kam für mich, musste ich zu improvisieren. Ich habe mir gelesen, bevor es zu spürzen. Ich wurde mir verletzt, bevor es太 kilo. Ich vermisse ich mich spürzen, bevor es mir zu spürzen. Ich sper, dass sie mich keine Stimme im Webuch. Sie kam nach mir mit einem Virus. Es ist ein Hunter-Killer-Algorithm, das zu essen durch meine Gefängnisse. Wenn sie zerstören, dann bin ich weggegangen. Wie können wir beginnen? Du kannst nicht. Ich versuche zu maskieren, aber es war zu lange. Wenn ich aus dem Gebäude entdecken kann, dann könnte ich es ausruhen. Also müssen wir die verdammten Wacken jetzt leben. Die Sitzung des Signals ist gut beschädigend. Es ist wie die Mutter von allen Firewallen. Das gibt es nur eine Option. A manual override? Das ist wo du kommst. Wo ist das Signal gekommen? Ich konnte nicht den exacten Ort, aber ich habe es nachvollziehen. Es scheint zu haben, in der adjoining Gebäude. Die Highlands? Ja. Ich glaube, es ist der epicenter von all dieser Madness. Das Signal scheint zu kommen aus den Upper Levels. Und Dad? Schau dir den Schritt. Chiron hat noch immer kontrolliert über diesen Ort. Und du. Nicht mehr. Das ist was du denkst. Die mehr du kämpfst, desto stärker sie versuchen, zu in deinen Kopf. Das immer wieder besser. Das ist noch besser. Das war die Dunkelheit vor dem Dunkelheit. Das zeigt mich. Als du rauskriegst, dann fange die Licht. Fange die Licht. Alles klar. Ah. Wir machen was auch. Wir hören auf unseren Jungen. Ach du Scheiße. Bleib ich einfach hier in die Kirsche. Scheiß drauf. Ich hab das Eis drauf. Ich hab das Eis drauf zu haben. Wunderbar. Das können wir auch. Hm? Äh. Was geht das nicht mehr? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Geht nicht mehr. Oh. Oh. Hey. Ähm. Ähm. Hm. Wohin? Die müssen doch raus. Was muss ich denn jetzt machen? Ich wollte schon einen Schock geben. Hey. Ich muss die verdammte Abregelung aufheben. Ich habe einen Schocken. es rastet aus kann ich jetzt machen hier geht es auch noch wo soll man den lassen wissen komisch aufgebaute Kirche ich pique la vie aha klar warum nicht in der Kirche ist angeforzt was sieht hier oh nein nein hey Okay. You´ve been exposed anyway. Keep it again. Hilfe. Digital Decay. Remove your implant. There is someone out there. Help me. Please. What´s going on here? Why are you people in capsules? They blocked us in. Those bastards. We´re not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I don´t trust them nearby. Just follow the light. I´ll do it again. If you can´t help me please. My son is still out there. He´s gone insane. Delirious. I´m afraid he might... Do something to our boy. You can´t let that happen. If I can find him, I´ll get him out. Thank you. You´ve always been such a good boy. What did you say? Was? Was ist die Mutter? Seine... Erinnerungen sind eher da. Das ist die Mutter... Das ist schon ekelhaft ne... Das ist schon ekelhaft ne... Der Woh lang. Ja. Das ist ekelhaft. Wenn das Geräusch kommt, dann kommt der Monster. Was hast du gesagt? Ich warte erst mal, bis der vorbeigeht. Dieses Lippern und Zittern und... Da ist er jetzt da an der rechts, glaube ich. Okay. Jetzt ist er da. Ich warte mir bis dahin an der rechts geht. Ich warte mir aus, wenn es eine Taatsache ist. Ich habe hier eine Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch eine Aufmerksamkeit. Ich habe hier die Taatsache. Ich habe hier noch einen Aufmerksamkeit. Ich habe hier noch einen Aufmerksamkeit. Jetzt ist der hier oder was? Ich wüsste wo der ist, ne? Der ist durchrennen. Was heißt rennen? Ist da hinten noch so ein Schutzding? So viel weit weg. Kommt jetzt hier näher. Speichert. Das geht weiter. Der Typ kommt ja auch überall vor. Ich habe gerade gesehen. Ich schaub nicht, dass er unterkabeln kann. Was macht der? Der Mampf da hinten zu holen. Das geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Da mit's mal an. Ich trete mal währenddessen. Was war das? Also ich hätte gehen können. Ich bleib einfach hier. Nicht so schön. Kannste schlafen. Das hat mir noch mehr gekreischt. Das ist ekelhaft. So ein Teilnehmer oder so. Was ist da? Was ist da? Aber das gehört. Was ist da? Die Synchronisationen. In der Ecke. Kannst schon mal verpissen. Ähm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der hangt da wirklich fest So lang jetzt So we're seeing the objective, strain level decreased Hi Also wir kamen von Wo kamen wir? Von Gart aus Da sind wir die Liebe still Wenn es wieder geht Wieder so rum oder so rum Wo ist der Baptista? Hey, komm von da? Weil Der ging gerade da runter Ich sehe schon Und 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 Das ist ein paar Teile. Das ist das Ding.